So Leute, willkommen zurück zu New Super Mario Bros U. Wir sind hier beim, wie es aussieht, letzten Level. Äh, heißer Aufzug, da nehme ich doch mal ne Feuerblume mit. Vielleicht wird die uns hier ein bisschen was bringen. Vielleicht aber auch nicht, vielleicht ist es aber auch gar nicht, ähm, wie soll ich sagen, das letzte Level, sondern, ähm, das vorletzte, oder so, könnte ja sein. Was? Nein! Nein! Ich dachte, die Lava geht wieder runter. Ey, so ein Scheiß! Wo hätte ich das wissen sollen? Ich habe darauf gewartet, so, oh, wann geht die Lava runter, damit ich, ähm, damit ich Dingens, Bummens, damit ich da schauen kann, ob da links und rechts Secrets sind und dann geht sie gar nicht runter. Oh, böse Lava, böse Lava. So holen wir uns hier einen Pilz und rein in die Röhre. Puh, das kann ja mal interessant werden. Ah, okay, ja, das gefällt mir. Was? Nein, 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 das gefällt mir nicht. Geh runter, Münze. Okay, gut. Abfunk, komm, komm. Nein, 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 weg, 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 nein, geht weg, geht doch weg, verdammt, wenn ich sage. Wieso hören die nicht auf mich? Oh, 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 okay. Wisst ihr was? Ich glaube, hier kann man locker cheaten. Mit dem, äh, Power-Eichel-Pilz wäre das doch möglich, oder? Schauen wir mal. Hi, 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 ich cheat einfach nicht. Ich cheat hier durch das Spiel doch. So, vielleicht klappt es aber auch nicht und ich falle elendig auf die Fresse. So. Oh, jetzt werde ich fast in die Lava reingefallen, okay. So. Okay. Ähm. Oh, oh, oh. Nein, Mist. Mist, 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 Mist. Okay, wir bleiben hier stehen. Das bringt uns gar nichts. Das bringt uns gar nichts. Weil die Plattform ja nicht kommt. Ah, toll. Doppel- und dreifach-Fail. Kann ich hier... Nee, kann ich nicht. Dann, ähm, wagen wir hier ab, bis die Lava uns umbringt. Mist. Mist, Mist, Mist. Wollen wir es nochmal versuchen? Versuchen wir es erstmal so normal. Äh, wieso... Wieso habe ich die Eisblume genommen? Äh, ist ja egal. Ist ja egal, wenn ich die Eisblume nehme. Ist ja nicht so tragisch. So. Okay, zack. Weg mit dir. Und... Wir haben noch eine Eisblume. Wir haben zwei Eisblumen. Yeah, wir sind die Besten. Okay, jetzt ein bisschen aufpassen, so. So, à la... Ich muss ein bisschen aufpassen. Okay, komm. So. Was schon mal anders ist als bei New Super Mario Bros. U. Und zwar, ähm, muss man... Hey, hallo. Eigentlich wollte ich dir ausweichen. So. Nämlich. Hey, ja, da kommen... Da kommen sie von oben. Die dreckigen kleinen Goombas. Okay, komm. Hier so. Und zwar, äh... Oh, ich habe das jetzt eigentlich schon gesagt? Ne, glaube ich nicht. Der Unterschied ist zwischen... Ah, komm. Komm. New Super Mario Bros. Wii und diesem U hier. Dass man sich auf der Plattform bewegen kann. Ich glaube, das konnte man bei New Super Mario Bros. Wii nicht. Egal. Egal, egal. Nein, das ist nicht egal. Das ist nicht egal. Das ist auch nicht egal. Okay, komm. Uiuiuiuiuiuiuiui. Okay, schneid. Komm, komm, komm. Komm. Rauf da. Rauf da, rauf da, rauf da. Okay, komm. Sehr schön, sehr schön. Nein, den Pelz will ich, den Pelzen will ich. Komm, rauf da. Okay, okay, okay. Nein, nicht Bom-Boms. Nicht Bom-Boms. Komm, geh weg. Hallo. So ist's fein. So ist's fein. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich den P-Switch hier drücken. So. Nein. Geht weg. Geht doch weg, verdammt nochmal. Darf ich mich zu sehr auf die Steine konzentriert? Das war nicht so schön. Das war nicht so schön. Nein, nein, nein. Das war echt nicht schön. Okay. Versuchen wir's nochmal. Wir haben ja noch irgendwie 50 Jahre Zeit für das Schloss. Kein Problem. Wir nehmen uns die Zeit. So. Okay. Sollte ich noch ein bisschen mehr bewegen auf der Plattform. So. Die Mokumba schön ausweichen hoffentlich. So. Das Blöde ist, wenn man nach rechts dreht, geht man auch meistens, also ich zumindest, automatisch nach rechts. Und genauso ist gleich bei links. Oh, schade. Komm. Hey. Ja, okay. Ja, okay. Nein. Wieso? Okay, jetzt aber. Jetzt aber. Ganz easy, ganz easy. Peasy. Äh. Nein, nein, nein. Okay, 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 okay. So. Okay. Wieso hat mich das getroffen? Wieso hat mich das getroffen? Das trifft mich doch nicht, wenn ich das so mache, wie ich es gemacht habe. Is no good. That is no good. Ne, 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 ne. Okay, nochmal. Nein, Luigi. Wir brauchen deine Hilfe nicht. So. So. Nochmal da rein. Schande über mein Haupt. Schande über mein Haupt. So, jetzt auch schnell. Komm. Zack. Und rauf, 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 rauf. Nach links drehen und nach rechts gehen. So. Schön ausweichen. Und jetzt so langsam nach rechts steuern. Ja. Jetzt sollte es nach rechts gehen. So. Und jetzt auch so langsam schon nach links steuern. So. Damit der Goomba uns nicht erwischt. Sehr schön. Und die Sterrmünzen, äh, die Münzen hier auch nicht. Okay. Das habe ich schon mal gar nicht mal so schlecht gemacht. So, ducken. Okay, egal. Egal, 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 egal. Hier links lang. So ist es einfach. Okay, ich bin ein bisschen ruhiger. Das erklärt sich aber irgendwie von selbst, finde ich zumindest. Komm. Lauf da. Schneller, schneller, schneller. Komm. Yes, sehr gut. Okay. Hills. Damit ist sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. Aber hier waren wir auch schon das letzte Mal. Okay. Versuchen wir den mal auszuweichen. Komm. Ah, Mist. Okay, dem letzten konnte ich nicht ausfallen. So, schnell, 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 schnell. Komm. Ey, hallo. Okay, okay, komm. Okay, das haben wir schon mal. Egal, egal, egal. So, rauf da. Rauf, 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 rauf. Okay, komm. Ja, ein Pilz. Ein Pilz ist gut. Ein Pilz ist sehr gut. In dieser Situation ist ein Pilz Gold wert. Die drei, äh, die roten Sterne, die roten Münzen, besser gesagt. Wären aber noch goldiger. Komm, komm. Hier rauf. Nein, leck mich, leck mich. Komm. Ja, sehr schön. Komm, die Eisblumen. Hör mit dir. Okay, weg mit dir. Hör mit dir, weg mit dir. Und ab mit dir. Da ist nichts, Sterne. Gut, ich sehe sie. Ich sehe sie. Ich habe sie. Ich habe sie. Fahr doch weiter. Achso, der war noch drauf. Verdammt. Okay, mal schauen, schaffen wir das trotzdem noch. Okay, okay. Da ist schon das Ziel. Okay, gibt es hier irgendwie... Nee. Okay, rein da. Rein da. Rein da. Schnell. Schnell, Mario. Mach doch schnell. Okay, hier haben wir bis auf sie... Keine Zeitbeschränkung. Okay, dann warte ich erst mal ab. Bis 99 ist. Und hole mir was ab. Ich glaube, bei 99 war es ein Stern, oder? Ich will aber keinen Stern. Okay, für dieses Level haben wir ziemlich lange gebraucht. Hey, listen, listen! Aber, äh, ich fand das Level ziemlich anspruchsvoll, muss ich sagen. Ja, ein Stern, toll. Soll ich kurz den Pi zu... Äh, den, 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 den Dings holen? Den Pi-Eichel-Pilz. Oder wie auch immer der heißt. Hm. Wo sollen wir das letzte Level machen? Ja, wir speichern. Ähm, die letzte Schlacht. Okay, ich mach, ähm, den Pi. Hol mir den Pi, ich will switch. Ich will switch, switch, switch noch. Damit wir dann die letzte Schlacht im nächsten Part machen können. So, als schönes Finale. Fände ich ganz schnieke. Eichenhain. Ab mit mir. Ab dahin. Wie auch immer. Wir fliegen nochmal durch die ganzen Welten durch. Wir werden sie ja nochmal erleben, da ich ja noch nicht alle Sternmünzen habe. Hier brauchen wir nochmal einen Stern, weil, ähm, Eichenhain und so. So, ihr wisst schon. So. Da sollten wir eigentlich ganz schnell den lieben Mopsi einfangen können. So. Ja. Wir lassen uns natürlich erstmal treffen. Aber ist auch kein Problem. Okay. So. Und komm. Komm schon. Ja. 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 Ich bin zu schnell fliehen. Und im nächsten Park geht's dann halt, ähm, im letzten Level weiter. Also. Bis dahin, Leute. Man sieht's ja. Schönen Tag noch. Und Tüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Vielen Dank.